Thema Geschenke. Geburtstag, Jahrestag, Ostern, Weihnachten, wo sind die Leute, die sagen, da muss es immer was geben. Ja, Geschenke zwangen sie ein bisschen. Ich halte es gerne spontan, muss ich ehrlich sagen. Also klar, Weihnachten und so Geburtstag, aber so Jahrestag. Ja, also das darfst du jetzt nicht laut sagen zu allen Frauen. Also den Jahrestag musst du aber wirklich ein Geschenk mitbringen, Benni. Ja, aber ich finde es so zwischendurch cooler. So, dass man mal aus dem Nichts kommt und sagt, hier, unser Turnutschein. Nee, weil dann glaubt die Frau, dass du irgendwas Böses gemacht hast. Ach so.